Level 15 Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde, zurück zu Persona 5 und Yosuke oder wie der heißt, ist Level 15 Das geht gar nicht So ein Waschlappen Genau, ich will mal hier in den Kalender gucken Hier sieht man nämlich die Tage Examenscores posted Können wir gleich mal gucken, wie wir abgeschnitten haben Okay, wir haben schon noch einige Tage Zeit Treasure Room Deadline Calling Card Deadline Plan Execution Deadline Okay, bis dahin müssen wir es geschafft haben Ja, da haben wir schon noch Zeit Was kommt hier? Exhibition Ends Social Studies Trip Moment mal, hier oben kann ich gleich durch die Monate schalten Sommerferien, yeah, voll cool Ein ganzer Monatsommerferien Wie weit geht das überhaupt? Januar, Februar, März Ach ja, stimmt März, nächsten Jahr Stimmt, wir müssen ja bloß ein Jahr Wir sind ja bloß ein Jahr Quasi auf Bewährung Ja, scheiß die Wand an Und wann haben wir angefangen? Wir haben mit April angefangen Nein Haben wir noch nicht viel geschafft Ey, wenn wir wirklich ein ganzes Jahr spielen müssen Junge, Junge Das kann das werden Ein Jahr Okay, was machen wir? Ja, es würde schon Sinn machen Wenn wir Nee, halt stopp Nee, können wir nicht Vergiss es Wo sieht man hier eigentlich jetzt den Noven? Hier, oder? Aber wir waren doch jetzt eigentlich schulisch gar nicht so schlecht, oder? Also in unserer Prüfung? Hm? Ich muss, ich muss auf jeden Fall zur Ärztin Da wollte ich schon länger hin Wir haben ja eh noch jede Menge Zeit Wir haben noch 16 Tage Da können wir ruhig mal Einen Nachmittag damit verschwinden Wobei der Ärztin uns Irgend solche Komischen Getränke Einflößen zu lassen Bin ich hier richtig? Ich bin hier richtig Hier ist doch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich verstehe... Ja! Ja! Gut, dann. Das war's. So, was ist unser Status? Das ist es für das Meeting. Na gut, dann gehen wir halt. Rein da. Was soll's. Je eher wir das hinter uns haben... Oh, stimmt. Es muss Kitsune sein. Du weißt, mit dem Kitsune-Maske und alles. Ja, das ist wirklich eine Impression. Was ist das, was du mit mir gesprochen hast? Was willst du, dein Name hier zu sein? Ich würde sagen, Da Vinci. Nein. Meine Fresse, das ist sein Name, also kann ich ihn auch selbst aussuchen. Na gut, du hast die Maske, wie Ons sagte. Und da ist das Wird-Tail. Alles klar, du Aburage. Sehr gut. Er hat es gewählt? Es ist entschieden, dann. Aburage. Nuh-uh, nicht passiert. Du hast eine Idee, Stroker? Oh, einfach ein Literal, huh? Das ist gut für mich. Was denkst du, Fox? Es ist ein Verhältnis. Es ist fertig, dann. Los geht's! Hätte der jetzt jeden Namen angenommen, den ich ihm gegeben hätte? Hätte ich ihn auch klauen nennen können? Hätte ich ihn auch klauen nennen können? Hm? Okay. Okay, jetzt muss ich die Party organisieren. Ja, sorry, ich bin doch nicht blöd. Ich nehme doch natürlich jetzt meine besten Leute. Habe ich Platz für Personas? Nein, habe ich nicht. Verdammte Scheiße. Ich muss auf jeden Fall irgendwas mischeln, irgendwas kombinieren, damit ich wieder neue Personas einsammeln kann. Wie geht die Rehabilitation? Blablabla. Okay. Ähm. Was wollte ich? Ich wollte irgendein... Genau das da. Angel. Soll ich echt meine gute Angel-Opfer? Für... ...Leanern. Ja, komm. Oh Gott, welche auf jeden Fall Lebenssaugung. Kuha. Heilsauber wäre natürlich auch nicht blöd. Feuer. Hm. Hm. Nee. Ich nehme mal noch einen Heilsauber mit. Los. Oh, meine schöne Angel. Ich nehme mal noch einen Heilsauber mit. Baby, ich kann das nicht nicht vorstellen. Das gefällt mir. Okay, was haben wir noch im Angebot? Kann ich die schon wieder weiter? Kloto. Was ist denn was anderes? Was bist du denn? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Makame? Ohne? Cool. Shikiru-ju. Oh Gott. Was auch immer das sein möchte. Hi, Pixie. Der ist schwach gegen Feuer, okay. Meine schöne Hi, Pixie. Jetzt mal ernsthaft. Kann ich doch nicht. Ich empfangen den Jungen nach. Did du nicht. Ich muss nicht genau da sein möchte. Und ich muss es nicht mehr verlieren. Blitz oder Wind? So. Ja, ja, blablabla. Das überspringen wir jetzt auch mal hier. Das gibt hier niemanden. Okay. Was kann ich... Ich könnte Matador machen. Kelpie, ihr wirklich ohn Scheiß. Die verarschen mich doch. Die verarschen mich doch. muss natürlich schätze mitnehmen falls wieder welche neue dazugekommen sind so rein da jetzt nehmen wir die hütte auseinander obwohl eigentlich sehr richtig zentraler garten da sind wir gleich in der quelle des bösen was geht's ich habe etwas was 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 aussieht was 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 ich würde ihn eigentlich einfangen verdammt was okay piece of cake i can feel it was 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 Ich zeige euch die falsche Formen. All right, es ist Weak gegen Gunfire. Bring up the Artillery! Blast! Come on, Joker! Two more! Go, gimme more! See that again, Panther! Let's get curious! This'll end! How's that? Yeah! Okay. That was easy! It's somewhere. Does he have all the bones? How could this be? It's somewhere. It's somewhere? I'd be in the corner. There. Oh! I'm not sure. Hey! Oh! 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 Ja, ja, carefully. Alles klar. Ich bin viel zu gut für dieses Spiel. Oh, wo gehe ich denn lang? Rechts oder links? Also, da hinten sieht auf jeden Fall aus nach einem Safe-House oder Safe-Pont. Oh, da ist eine Kiste. Oh, hier ist auch eine Kiste. Ein Glück habe ich noch Schlüssel, Alter. Cool, Windring. Die ist zu. Ja, okay. Reduziert nur Windschaden ist jetzt nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei. Oh Gott, im Himmel. Okay, da komme ich jetzt noch nicht lang. Es ist irgendwo. Ich habe etwas. Hey, da oben. Springen wir rein. Was ist denn das? Hallo? Hm. Spotted a shadow. I'll reveal your true form. Okay. Du hast leider keine Elektronik. Was ist mit der da hinten? Okay, wie gehe ich am besten vor? Blitzen oder ballern? Ballern. Es ist Zeit! Oh, cool. Nein, die Rechte, verdammt. Sehr schön. Das ist gut. Yeah. Okay. Das war einfach. Yeah. Okay, ein Kast. Joker, es ist ein Schraubkast. Ich zeige dir deine wahre Form. Okay, keine Schwierigkeiten, die ich sehe. Von dem habe ich mir auch nicht gemerkt, was für ein Element in ist. Ja, das ist ein Schraubkast. Ja, das ist ein Schraubkast. Ja, das ist ein Schraubkast. Okay. Ja, das ist ein Schraubkast. Okay I am thou, thou art I Inugami Your power is incredible joker Okay It's somewhere I can see it I have something I can feel it Oops Was ist das hier für eine Linie am Boden Oh Oh scheiße Somewhere Ey ohne Flux Ist das normal? Hilfe Okay Show me your true form Okay Straten So fire is its weak limit Persona Kunji mitama Don't you know Go down Cool Looking cool joker Oh yeah Skull give me more Can we think about that? Jack Frost Jack Frost Da hat sich aber gefreut Okay Okay Ich will gleich mal gucken Persona Jack Frost Äh nein Blödkopf Ähm Mabufu Ah Das ist nämlich der Kniff Die wollten ja einen Jack Frost Der Mabufu hat Und ich war die ganze Zeit der Meinung Mabufu ist Noch ein anderes Äh Persona gewesen Aber nein Es ist tatsächlich die Attacke Äh Boah Sollte kein Problem sein ihn hochzuleveln Sogar Arsene ist Level 12 geworden also Ist ja bloß ein Level Dann kriegt er die Attacke Und dann können wir ihn einlösen gegen hoffentlich was richtig Fettgeiles Ja 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 Show me your true form All right I don't see a weak spot Mann den hatten wir doch schon Oh verdammt Wogegen war der jetzt nochmal immun Äh Feuer Feuer Mars Okay Verdammt Wenn ich jetzt noch einen Platz frei hätte Kann ich was wegwerfen Nee kann ich nicht Verdammt Hör 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 Rock Hör 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 Hu Hör Ich bin irgendwo. Show me your true form! Now's our chance for something other than curse moves. Those won't work. This enemy's weak to win! Don't bother with ice attacks. Persona! Zoro! It's almost scary how good I am. Get off! They're mine! All right! The baton pass made me stronger! You're so gorgeous, Panther. Dueling style! How's that? How's that? They were nothing. Show me your true form! Now's our chance for weak against gunfire, bring out the artillery! Oh, sorry! This enemy's weak to win! Persona! Zora! It's almost scary how good I am. Hm, it's almost scary how good I am. It's so cold! Finish up! Play-up complete! Okay? They were too weak to bother with. Joker! Okay. Uh, 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 uh... I see it. It's so... Uh... Oh, scheiße! Wir müssen doch irgendwie rauf! It's somewhere! Okay, Moment mal. Irgendwie... ...müssen wir doch da raufkommen. I have something. I have something. I have something. Huh? I have something. Nicht dumm oder so? Ach, ne, Moment, warte mal. Von hier aus... Äh... Ne, da... Da oben ist... Genau. Wow. Dann... Ey, komm, du wirst doch... Okay, und wo geht's dann bitte schön weiter? I have something. Es geht nirgendwo mehr weiter. Das war's. Hier geht's nicht weiter. Gibt's noch einen anderen Weg? Wah? Hä? Oh. I have something. Hä? Moment, hab ich jetzt völlig Banane? Da hinten können wir nicht weiter. Da können wir nicht weiter. Dort kommen wir nicht weiter. Dort kommen wir nicht weiter. Oh. Hä? Hä? Was kann ich tun? In der Versiegelstür, schon klar. Aber es gibt auch nirgendwo ne Öffnung oder irgendwas, wo ich noch rauf könnte. Ich bin eingesperrt. Hier komm ich nicht durch. Außer ich stehe darauf, Alarme auszulösen. Aber komm, die müssen mir doch ne Möglichkeit geben, dass ich ohne, dass ich den Alarme auszulösen, da durchkomme. Ich versteh nicht, warum kann ich da nicht rein. Ich bin, dass ich da nicht. Ich bin, irgendwo. Ich bin, irgendwo. Ich bin, irgendwo. Ich gehe jetzt hier mal ganz langsam alles ab und gucke mir alles an. Es sind auch keine Bilder, die irgendwie aufleuchten. Ich kann nirgends wo hoch. Hier ist aber auch nichts. Hier ist nichts. Das ist großartig. Ich will nicht entschuldigen. Okay. Oh. 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 マbutog. Es ist irgendwo. Oh. 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 Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Okay. Ja cool, dann geht es aber wenigstens weiter. Hey. Ich sollte es wissen. Hm. Da ist ein Wachmann. Geht der auch weg? Nein. So ist runterhüpfen. Ja ha ha. Ja ha ha. Zodiac Chime. Ach der Typ, der hat ja noch gar nichts an. Außer seinen silbernen Schlüsselring. Ja komm, gebe ich ihm das. Ach du Scheiße, stimmt. Der braucht ja auch bestimmte neue Waffen. Oh ja, wir müssen für den Typen dann auch bestimmte neue Waffen kaufen. Ich habe etwas. Okay. Woa! Ja komm ey, das ist ein Gegner. Das ist ein Schmerz. Das ist nicht möglich! Scheiße! Das ist ein Schmerz! Hosona! Go! Es ist Zeit! Da! Ich liebe dich! Ich habe das Schmerz! Komm schon! Persona! Persona! Hylias! Persona! Geh runter! Persona! Hylias! Persona! Hylias! Persona! Persona! Du bist mir! Du bist mir! Skill-Cards! Skill-Cards! Du bist mir! Du bist mir! Und ich heat'n! Du bist mir! Du bist mir! Und ich! Dann du bist mir! Du bist mir! Und ich? Du bist mir! Dann du hast dir den Hemd! Diener. Immer diese TMs und VMs, wo man Pokémon irgendwelche neuen Attacken beibringen kann. Das ist hier, jetzt hätte ich fast gesagt, die japanische Version von Pokémon. Pokémon ist ja schon japanisch. Hier ist wirklich sehr viel reingemischt in das Spiel. Fühlt gut. Bold Eye Patch. Nichts, nicht so gut. Es ist irgendwo. Ich habe etwas. Okay. Indeed. Hm. Ah, scheiße. Moment mal, Feed. Wenn ich das jetzt in Zahlen ummünzen müsste... Ähm, es müssen ja Zahlen sein, oder? 7, 3, 3... 7? Keine Ahnung. Oh, scheiße. Was könnte... Schubbüro ist jetzt ernsthaft, oder was? All right. The first move is ours. It's weak against gunfire. Bring out your jewelry! Fire! It's almost scary how good I am. Töre! Tier 1. Das ist recht. Töre! All right. Huh? Das war ein bisschen zu easy. We can get it from- I'll reveal your true form. It's almost scary how good I am. Don't move. We wait for a pause, please. Finish them! Game over. Alright. They were too weak to bother with. We can get it from here. I'll reveal your true form. Now's our chance to strike. Go! Huh? Whoop-a-pursona! Enemy defeating! Go, give him more! Three remaining! We can do it! Joker took one out! Alright! More patience. Ice is the shadow's weak spot. Good! Cool! Looking cool, Joker! Serves you right! Do it! Finish him! A heavy potion! Yeah! You were not what it was. You were no. You were no. All right. It was so easy, I'm yawning. Ohne Scheiß! Wie soll ich denn jetzt bitte auf die Lösung des Passworts kommen? Das geht ja gar nicht. Es ist fast schrecklich, wie gut ich bin. Was ist denn Schuhgrößen? Werden doch nur mit zwei Ziffern angegeben? Was soll das überhaupt? Müssen noch mehr wie zwei Zahlen sein. Ich hab echt keine Ahnung. Ich bezweifle, dass irgendeiner von denen hier wirklich ein anderes Passwort hat. Ich glaube, ich muss wirklich damit arbeiten, was ich jetzt bekommen habe. Ohne Scheiß! Äh... aber woher soll ich denn es wird Das ist nicht so gut. Ich bin so gut, Panther. Es ist so gut, Panther. Es ist gegen die Gunfire. Bring out the Arc! Was anderes als Curse moves? Das werden nicht so gut. So, nein. Nicht so. Ich werde das. Das ist nicht so gut. Ja! 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 Wir haben viel Spaß gemacht. Hm. Schrauben Sie, Team! Ja! Ja! Okay! So was das gekommen? Mabufu. So. So. Was? Meint mal. One, alone und none. With. Also das erste ist eine Eins, das letzte ist eine Null. Ich glaub das, oder? Okay, wie war das jetzt? Eins, eins, zwei, null, oder? Jetzt muss ich auch noch anfangen zu denken. Ah. Ah. Junge, Junge, Junge. Die haben es mir aber auch nicht einfach gemacht. Los schnell durchlaufen. Ah. Oh, oh. 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 So, was war's für den? Oder die beiden. Okay. Alright, we beat em. Let's go, Joker. Focus. Okay, ich will aber lieber den anderen Gang nehmen. Ist nämlich irgendein Schatz. Ich kann es fühlen. Okay, das war's. Oder wie? Hm. Aha. Ja genau, hier ist das Safe Room. Und da geht's wahrscheinlich weiter. Okay. Erstmal schön speichern. Das ist ein Safe Room. Hä, Moment mal. Ach Mist, ich kann ja jetzt hier nicht die, die Karte angucken, aber... Wir sind schon in der Schatzhalle. Nee. Wir können... Wir können... Wir können doch gar nicht so... weit sein. Safe complete. Gut. Meine Lieben. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Für heute. Für diese Folge. Für den Moment. Ich hab grad keine Uhr hier. Ich weiß nicht mal, wie spät ist es, wie lange ich schon aufnehme. Aber, ähm... Ich glaub, hier ist schon ein ganz guter Punkt, um für heute dieses Video zu beenden. Ja, lasst mir doch einen Daumen da, wenn's euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, hoffe ich. In diesem Sinne. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.